wenn es nur nicht diese scheiß zeit mit klebe sorgt während der vorgegebenen zeit für den möglichst hohen angstfaktor um euch als grausam zu bockheit zu behaupten okay auch müsst platziert einen bergfried um mensch welche vorgegebenen zeit das ist doch insel romantik die karte insel romantik okay das müsste es gibt da gibt es eigentlich keine sachen an der seite gehen wir hierhin platziert euren kornspeicher sei wir benötigen holz muss da gibt es eine zeit und es gibt kein zeit limit viel besser ich hasse einfach zeit limits in mission vor allem wenn so beschissen knapp ist und du halt permanent genervt wirst okay wie viel holz haben denn gibt es hier irgendwo holz das holz handeln kann ich mit allem finde ich schon mal schön wir benötigen steine ihr macht das genau deswegen habe ich euch geschickt ich brauche jetzt erstmal ein bisschen bis die ganzen hasen hier wechseln keine veränderung in der schatz kann uns mit der vorräte schwinden dahin euer gnaden ja bringt mal die bären um die sind irgendwie ein problem für mich ein bär greift die siedlung ja aber vier holzfäller sind auch nicht unbedingt schwach ok kommt schon wieder der bär aber da liegt sich gleich mit holzfäller an dagegen einzelne holzfäller sie ist natürlich gut aus wenn es auch als vieler holzfäller werden dann sieht schlecht für den bären aus egal die alte bessie verhält sich ein bisschen die sprache aus der lösung er hat sich vermehrt du idiot du hast den bogen und geht es mit deutsch auf ihm los die hasen vermehren sich mit rasender geschwindigkeit euer gnaden unsere ernte ist in gefahren ja ein bisschen ich will ehrlich sein das kann ich nicht ganz abstreiten ist mir aber auch egal wir benötigen holz es sind nicht genügend arbeit eine botschaft von eurem informanten die pest hat unsere burg eingesucht eure lordschaft ist nicht gut unsere lebensmitte vorher schreift die siedlung an euer gnaden das volk hat eine hohe meinung von euch mein lord wir benötigen holz äh kostet unglaublich viel holz aber ich kann keine angriffe kriegen und ich habe kein zeitlimit die bären auslöschen die leute verlassen die burg gut damit haben wir die bären ausgelöscht jetzt müssen die hasen sterben keine veränderung in der schatzkammer mein lord unsere lebensmittel vorräte wachsen kommt bitte zurück hier ist es gar nicht so scheiße großartig gut es kommen leute zur burg naja schön ich kaufe jetzt ein bisschen holz ich will jetzt der apotheker haben in diesem gebäude gibt es keine arbeit sire wir haben beinahe keine nahrung mehr sire hier könnt das nicht dort platzieren mein lord mir liegen alarmierende berichte vor dass wölfe sich im land befinden das volk fürchtet sich mein lord die hasen vermehren sich mit rasender geschwindigkeit euer gnaden unsere ernte ist in gefahr ach also ich würde einfach die tür zu machen und schon wäre das problem mit den wölfen gelöst aber wer bin ich schon auf solche verrückten ideen zu kommen die pest hat unsere burg eingesucht eure lordschaft unsere lebensmittel vorräte schwinden dahin euer gnaden es sind nicht genügend arbeiter vorhanden um das gebäude zu verwalten die leute verlassen die burg die nahrungsvorräte sind sehr knapp sire unsere goldvorräte wachsen stetig sire das volk ist sich euer nicht sicher sire es ist auch schön wenn der typ geht der die pest bekämpfen soll und die leute regen sich auf dass wir die pest haben es ist effizienter wenn der die bekämpft und dann geht die leute zur burg ihr habt nicht genügend gold eure beliebtheit steigt wir verlieren ein bisschen gold unsere lieben alarmierende berichte schädlinge vernichten unsere weizen ernte sire so jetzt reicht es mit den wölfen jetzt mache ich das hier dicht und das ist der einfache unterschied wenn man mauern bauen kann ich meine das kommt jetzt wahrscheinlich auch zu spät aber weil ich mein könig einfach nicht verteidigen kann vielleicht schafft er doch noch das hängt von den übrigen baum ab ich gucke jetzt mal zu wie alle meine leute wieder sterben weil da ein zwei hunde rumlaufen es ist wahnsinn wie ein hund ausreicht um eine ganze stadt zu zerstören das ist doch total unlogisch unsere burg eingesucht eure lordschaft das volk hat eine hohe meinung unsere lebensmittel vorräte wachsend seier keine veränderung in der schatzkammer mal das volk hat eine hohe meinung ihr habt vielleicht die pest und ihr werdet grausam behandelt aber ihr habt gut zu essen denn kriegt geld muss doch auch was wert sein das volk hat eine hohe meinung ich hoffe dass die jetzt nicht mehr hier durchkommen weil noch ein angriff oder könig nicht überleben eure beliebtheit steigt wir verlieren ein bisschen unsere lebensmittel vorräte schwinden dahin euer gnaden gaukler sind in die stadt gekommen my lord das volk liebt euch my lord mir liegen alarmierende berichte vor dass wölfe sich im land halten das volk fürchtet sich my lord sobald ich ein paar ich hole mir dann ein paar bogenschützer und bringe euch alle um blöden viecher eure beliebtheit sinkt das volk hat eine hohe meinung von euch my lord das volk hat eine hohe meinung von euch my lord unsere lebensmittel vorräte wachsen seier ach ja so jetzt haben wir wenigstens bald eine funktionierende wirtschaft das heißt wir haben ein kontinuierliches nahrungseinkommen die hasen vermehren sich mit rasender geschwindigkeit euer gnaden unsere ernte ist in gefahr schädlinge vernichten unsere weizenernte seier alles noch halb so wild wir brauchen ja weniger den weizen wir brauchen mehr natürlich eine botschaft von eurem informanten daugler sind in die stadt gekommen my lord ah deshalb hat es auch gebrannt schätze ich mal die pest hat unsere burg heimgesucht die events sind aber auch krass was war denn das hier ach das war glaube ich eine bäckerei das volk liebt euch my lord redet ihr noch was nein wie beschissen eure beliebtheit sinkt keine veränderung in der schatzkammer my lord jetzt bauen wir doch ein paar brunnen da ein ihr könnt das nicht dort platzieren my lord mir liegen alarmierende berichte vor dass wölfe sich im land befinden das volk fürchtet sich my lord ich brauche dringend stein wie lang dauert das hier wir benötigen steine da kann ich auch nichts hinbauen kann ich ja hier einbauen da kann ich eh nicht wie reinbauen gaukler sind in die stadt gekommen my lord das volk hat eine hohe meinung von euch my lord mit einer stein eure beliebtheit steigt das volk die gaukler sind praktisch ok sind die gaukler sind weg das volk ist entzückt über eure bevorstehende vermählung seier Gaukler sind in die Stadt gekommen, mein Lord. Das Volk huldigt euch, Sire. Unsere Goldvorräte wachsen stetigst. Schädlinge vernichten unsere Weizenernte, Sire. Wir legen alarmierende Berichte vor, dass Wölfe sich im Land befinden. Das Volk fürchtet sich, mein Lord. Das Volk hat eine hohe Meinung. Die Pest hat unsere Burg reingesucht. Eure Lordschaft. Das ist wirklich ein Event jagt das nächste. Keine Veränderung in der Lebensmittelvorräte schwindet dahin, euer Gnaden. Das Volk ist euch wohlgesonnen, euer Gnaden. Der Wolfsankrepp wird gleich in die Knie gezogen. Da könnt ihr einen drauflassen. Bin zur Stelle. Es werden Waffen eure Befehle. Hier geht es hier hin und die Wölfe getötet. Gehen wir so auf den Sack. Die haben beinahe mein König getötet. Der ist jetzt ein alter Mann geworden. Bin zur Stelle. Rücken aus. Beim nächsten kleinen Problem ist er tot. Na gut, machen sie schon selbst. Das bräuchte ich wirklich für diese Wolfsjagdmission. Ist einfach nur nervig. Eure Beliebtheit steigt. Fünf Bogenschützen, was die weghauen von Wölfen. Daufler sind in die Stadt gekommen, mein Lord. Unsere Lebensmittelvorräte schwindet dahin, euer Gnaden. 150 Leute brauchen wir. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Die Hasen vermehren sich mit rasender Geschwindigkeit, euer Gnaden. Unsere Ernte ist in Gefahr. Ja, Falle bereit. Bogen gespannt. So, dann hoffen wir, dass jetzt keine Wolfsangriffe mehr kommen. Bogenschützen bereit. Da reicht noch zwei eigentlich. Ein weiter Weg. Und kümmert euch um die Hasen. Mir liegen alarmierende Berichte vor, dass Wölfe sich im Land befinden. Wo kommen die her? Es gibt gar keine Wölfe mehr hier. Das Volk ist euch wohlgesonnen, euer Gnaden. Das Volk ist euch wohlgesonnen, euer Gnaden. Gaukler sind in die Stadt gekommen, mein Lord. Und wir haben gleich die Pest mitgebracht. Wie schön. Das ist halt der netten Gaukler. Wir haben nicht genügt. Die Pest hat unsere Burg reingesucht, eure Lordschaft. Eure Beliebtheit steigt. Ihr habt nicht genügend Gold. Schädlinge vernichten unsere Weißen. Das sei er. Die Goldvorräte sind zu knapp, Sire. Mir liegen alarmierende Berichte vor, dass Wölfe sich im Land befinden. Das Volk fürchtet sich, mein Lord. Ja, aber ich auch. Wie gesagt, ein Wolf reicht und wir sind tot. Der braucht nur einmal kurz an unserem König, Knapp und das war's. Ach, hier ist ja auch Stein. Den hätte ich vielleicht auch holen können. Es sind nicht die Gaukler sind in die Stadt gekommen, mein Lord. Oh Gott. So. Auch wie viele Leute sind wir dann schon? Die Rasen vermehren sich mit rasender Geschwindigkeit. Ich glaube, ich habe mir noch ein paar... Unsere Ernte ist in Gefahr. Okay, fang mal ein. Mein Bogen ist hier an. Bin zur Stelle... Mir liegen alarmierende Berichte vor, dass Wölfe sich im Land befinden. Das Volk fürchtet sich, mein Lord. Ja. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, mein Lord. Trinkt komischerweise auch nichts, die zu töten. Der Walfsangriff bleibt bestehen, das ist auch doof. Die Pest hat uns, was ich ja alles mit einmal machen mit dem Angstfaktor schafft. Aber ich glaube, der Angstfaktor ist für Feuer zuständig. Eure Beliebtheit sinkt. Jetzt, wo ich den Angstfaktor weggelassen habe, ist sofort Schluss mit Feuern. Gaukler sind in die Stadt gekommen, mein Lord. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, seier. Eure Befehle? Ein weiter Weg. Das ist ein Hasenmassaker. Schädlinge vernichten unsere Weizenernte, seier. Bin zur Stelle. Was ist Nummer 5? Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp. Nein, lauf einfach durch. Sind auf dem Weg. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Bogen gespannt. Erstmal alle Hasen umlegen. Oh. Wie kommt es, dass wir kein Essen mehr haben? Wir legen alarmierende Berichte vor, dass Wölfe sich im Land befinden. Das Volk fürchtet sich, mein Lord. Wir haben beinahe Gaukler sind in die Stadt gekommen, mein Lord. Mehr davon. Wenn ich mich drauf verlassen könnte, dass kein Feuer entstehen würde. Die Hasen verlieren sich mit rasender Geschwindigkeit, euer Gnaden. Unsere Ernte ist in Gefahr. Machen wir hier weiter. Wir benötigen Holz. Aber erst mal, wo nicht mehr ist. Ein Barter ist in der Burg angekommen, euer Gnaden. Ich habe mir die Freiheit genommen, ihm eine Anstellung zu bieten. Das ist doch alles, wie es ist. Die Dinger können ja kein Feuer fangen, das ist gut. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden. Richtig, aber alle Arbeiter vorwalten. Wow. Hätte ich auch nicht gedacht. Wir benötigen Gold. Wir haben tatsächlich alle Arbeiter eingesetzt. Die Pest hat unsere Burg reingesucht, eure Lordschaft. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Das ist auch ein Wunder, dass bei uns überhaupt noch jemand lebt, so oft wie hier die Pest grasiert. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp von Sire. Schlendert umher. Das Volk hat ein Junge, wir haben die Pest ja oft darum zu schlendern. Gaukler sind in die Stadt gekommen. Und ein Feuer haben wir auch. Mal sehen, ob sie es ausbreitet. Ich riskiere es mal. Aha. Die Botschaft von eurem Informatik. Ihr verarscht sich doch. Wir vernichten unsere Weizenärzte. Ihr habt es gelöscht. Ich dachte, es ist noch ein Feuer ausgebrochen, dass er aus. Das ist eigentlich der König. Wenn ihr ins Feuer rennt, ist er auch gut. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. So. Noch eine Apotheke. Hauptsache, wir können die Krankheiten relativ schnell bekämpfen. Ja, jetzt sind natürlich alle Leute verbrannt durch das Feuer. Da ist es schlecht mit Nahrung. Wir lagen alarmierende Berichte vor, dass Wölfe sich im Land befinden. Das Volk fürchtet sich, mein Lord. Die Hasen vermehren sich mit rasender Geschwindigkeit, euer Gnaden. Unsere Ernte ist in Gefahr. Wir benötigen Gold. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, mein Lord. Ach, ich habe Angstfaktorsachen gebaut. Deshalb das Feuer. Ihr habt nicht genügend Güter. Jetzt muss ich aber auch nachziehen. Gaukler sind in die Stadt gekommen, mein Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Das ist zwar ungewöhnlich, weil ich die Sachen lieber zusammenbaue, aber ich muss es so bauen. Gönnen wir uns noch. Das Volk hat Angst vor euch, euer Gnaden. Gar nicht schlecht. Wird schon besser. Da kommt auch mehr Essen rein. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen. Die Pest hat unsere Burg heingesucht, eure Lordschaft. Mit der Pest komme ich klar. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Wir benötigen Gold. Gut, verkaufen wir kurz was. Hier bauen wir auch mal einen hin. Wir legen alarmierende Berichte vor, dass Wölfe sich im Land befinden. Das Volk fürchtet sich, mein Lord. Die Nahrungsvorräte Gaukler sind in die Stadt gekommen, mein Lord. Eure Beliebtheit steigt. Habe ich extra Ration? Wir haben beinahe keine Nahrung mehr. Tolle Ration. Schädlinge vernichten unsere Weizenernte, Sire. 140 oder 150 oder 150? 150. Die Hasen vermehren sich mit rasender Geschwindigkeit, euer Gnaden. Unsere Ernte ist in Gefahr. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Alles gut. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Wie viel besser, das läuft für mich ständig jemand ins Bein pinkelt. Gaukler sind in die Stadt gekommen, mein Lord. Oh ja, jetzt habe ich das Problem. Habe ich noch irgendwo die Möglichkeit, Leute unterzubringen? Hier habe ich besetzt. Was denn? Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Die Holzhacker-Armee läuft los. Die Pest hat unsere Burg heingesucht, eure Lordschaft. Wir legen alarmierende Berichte vor, dass Wölfe sich im Land befinden. Das Volk hürchtet sich, mein Lord. Ihr seid wahrlich der unbarmherzigste Tyrann im Königreich, eure Lordschaft. Oh mein, jetzt noch ein paar Holzfäller. Weiter kläre ich noch ein klein bisschen Angstfaktor. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Gaukler sind in die Stadt gekommen, mein Lord. Ihr seid wahrlich der unbarmherzigste Tyrann im Königreich, eure Lordschaft. Eure Beliebtheit steigt. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ach, das muss ich auch noch eine Zeit lang halten. Mist. Die Hasen vermehren sich mit rasender Geschwindigkeit, euer Gnaden. Wow, wie das runtergeht. Brrrr. Das Volk huldigt. Schädlinge vernichten unsere Weizung am Visayr. Ist blöder, haltet das so lange. Gold fließt in die Schatzkammers. Das Volk liebt euch, mein Lord. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Seier. Lassen wir es erstmal so. Die, bei dem Feuer sind die alle sofort tot. Wir legen alarmierende Berichte vor, dass Wölfe sich im Land befinden. Das Volk huldigt sich, mein Lord. Wir legen alarmierende Berichte vor, dass Wölfe sich im Land befinden. Die Märkte hauen gut rein. Ich speichere mal kurz. Die Pest hat unsere Burg reingesucht. Ja, was war. Wir unter Asgard von mir aus. Speichern. Wollt ihr ihn nicht mitmachen. Jetzt hauen sie aber richtig rein mit... ...Negativsachen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Eure Beliebtheit sinkt. Okay, dann machen wir was. Eine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Ich lasse mir die Leute abhauen, weil sie unzufrieden sind. Eure Beliebtheit steigt. Ja, jetzt geht es natürlich mit Holz ordentlich los. Oh, guck mal, wie die die Brote wegfuttern. Gaukler sind in die Stadt gekommen, mein Lord. Das Volk liebt euch, mein Lord. Unsere Schatzkammer lehrt sich. Die Hasen vermehren sich mit rasender Geschwindigkeit, euer Gnaden. Unsere Ernte ist in Gefahr. Behalten wir mal kurz im Blick. Und weg ist es. Das Volk liebt euch, mein Lord. So passt's. Das dauert. Ich brauche ein bisschen Holz. Habe ich jetzt mir eigentlich denken können, bei dem einen war es ja auch so mit denen. Jetzt hast du es geschafft, jetzt. Ich muss ja nur noch das so lange halten. Es geht. Ist wirklich viel angenehmer als die Wolfsjagd. Vielleicht lasse ich die Wolfsjagd auch jetzt einfach weg. Ich meine, geschafft hätte ich es auf Swear schon mal. Ich war ja schon bei 90 und das war auch sehr schwer. Gaukler sind in die Stadt gekommen, mein Lord. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, mein Lord. Sieg. Die Pest hat unsere Burg heimt. Haben sogar noch ein paar... Oh, es sind aber viele gestorben. Es war knapp. Da hätten mehr sterben können durch die Pest. Ich bin froh, dass kein Feuer kam. Ja, ich habe gewonnen. Ich bin toll. Ja, Sieg. Wow. Zwölf Punkte extra. Damit war ich mir einen tollen Tag. Das war der Tyrann. So, während der Vogel... Ja, da steht nichts weiter. Okay, das war Let's Play Stronghold für heute. Beim nächsten Mal geht es beim Wald weiter. Ich werde die Sachen mal alle so weitermachen. Und... Ich weiß nicht, ob ich das Wolfsrudel weitermache, weil... Oh, die Mission ist echt einfach nur scheiße nervig. Er sagt, okay, ist schön. Eine Herausforderung. Und ich muss aber sagen, es ist einfach nervig ohne Ende. Angriff, Angriff, Angriff. Und du kannst halt nichts dagegen machen, weil du nur diese blöden Sperrträger hast. Da war das jetzt schon was ganz anderes. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye, Leute.